hallo freunde schön dass ihr wieder mit dabei seid hier bei 40 zocken zurzeit läuft ja in new world das verdorbene kaninchen event nenne ich jetzt mal und da gibt es einige sachen zu erbeuten unter anderem auch ein geheimes neues kaninchen streichel im mode und wie ihr das kriegt zeige ich euch in diesem video so in dem event gibt es ja einige sachen zu erbeuten die wir schon vom letzten jahr her kennen also wir haben zum beispiel einen skin wo habe ich denn die verderbnis barrikade da ist sie es sieht ganz gut aus dann haben wir noch eine kopfbedeckung auch die kennen wir vom letzten jahr kopfbedeckung da ist er der hasenkopf und dann gibt es noch eine verderbte truhe die habe ich in irgendeinem meiner häuser stehen die habe ich schon letztes jahr bekommen dazu gibt es noch diesen verderbnis gipfel genannten legendären flegel das ist kein transmog skin wie viele leute teilweise vermuten sondern eine tatsächliche waffe auch wenn sie wahrscheinlich nicht von vielen dann in irgendeinem set benutzt wird denn die hat einen ganz komischen vierten perk nennt sich die rache des kaninchens nicht einmal stanley kann der verderbten macht dieser waffe widerstehen und das ist auch schon der hinweis den wir brauchen um an das geheime emote zu kommen denn sobald ihr diesen flegel habt müsst ihr oder könnt ihr damit wenn ihr das im mord haben wollt stanley töten wer oder was ist stanley die meisten die schon länger new world spielen kennen stanley wir sind hier an der unsteten küste hier ist die siedlung mondbuchtstadt heißt sie jetzt fräß irgendwie ganz anders und hier haben wir die kaninchen insel und auf dieser kaninchen insel findet ihr sehr sehr viele kaninchen deswegen ist die momentan auch sehr überlaufen weil jeder dort unsinnigerweise die kaninchen einzeln tötet es gibt eine viel viel schnellere methode diesen event abzuschließen ihr reitet die kaninchen mit eurem reittier einfach über den haufen und so habt ihr wenn ihr glück habt an den richtigen stellen innerhalb von zwei stunden alles erledigt wie dem auch sei wenn ihr stanley seht müsst ihr ihn mit dem flegel erlegen und dann droppt stanley eure belohnung nämlich das kaninchen streicheln im mode und wenn ihr das ausgerüstet habt sieht das dann so aus ja und das war es eigentlich auch schon so bekommt ihr das geheime karnickel im mode nenn ich jetzt mal ich wünsche euch noch einen schönen tag viel spaß beim zocken bleibt gesund bis zum nächsten mal es verabschiedet sich euer über 40